Uuuuh, er hat nachgeguckt Ach du Scheiße, die sind ja gegen Sa- Alles klar Die sind sie gegen so viel schwach oder stark? Aber richtig! Was meinst du jetzt? Die sind richtig schwach? Deine Besager, du. Die sind gegen Infanterieinheiten, Plänkler, Kamillreiter, Berittene Speer und Huskalus sind stark. Aber jetzt kommt's. Schwach sind sie gegen Bogenschützen, Berittene Bogenschützen, Leichte Fanonierer, Kamillreiter, Skorpionen. Hey, warte, stopp, warte, stopp! Sie sind gegen Karamellritter stark und auch gleich hätte ich gesprächt? Bitte was? Heißt du in der Mitte oder was? Also gegen Fernkampf, gegen Fernkampf sind sie schwach. Äh, Fernkampf, warte, 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 ich bin noch nicht fertig gewesen. Leichte Kanonierer, Kamillreiter, Skorpionlinie, Jaguarkrieger, Samurai, Deutschritter, Yannitschak, Panzerreiter, Kapuzei, Unkrieg. Was ist denn eigentlich jetzt mit dem Deutschritter? Wie ist denn das? Teutonen. Was ist denn deren Spächer? Teutonen sind auf jeden Fall stark gegen die Franken. Also gegen Paladin, warte mal, kann ich nachgucken. Teutonen. Moment, so. Äh, die Deutschritter willst du wissen, ja. Oder generell das Volk? Ja, also, schwach gegen Schießeanheiten, Jaguarkrieger, Spezialschießeanheiten, gepanzerte Reiter und kriegt die... Jaguarkrieger scheinen verstärkt zu sein, oder? Also eigentlich nur gegen... Warte mal, kann ich mal nachgucken. Kann ich mal nachgucken. Äh, wo waren die bei Mayas, gell? Ne, bei Nazte. So, hier, Jaguarkrieger. Ne, die haben auch einige Schwächen. Oh. Die, die haben... Haben die. Ne, ich dachte, die haben sich selbst als Schwäche. Alles klar. Die haben sich selbst als Schwächen. Äh, die sind stark gegen Infanterieeinheiten, Klenkler, Kamelreiter, berittende Speer, Berserker, Huskale, Deutschritter-Axtwerfer und Freischärmer. Also halt diese Typen, die mit Nahkampf machen. Die sind so stark gegen Nahkämpfer. Ja, das steht auch oben. Einbrichspodus gegen unter... gegen untere Infanterie. Sollte, glaub ich, andere heißen. Alles klar. Okay, starten wir. Ihr habt gar keine Pferde. Warte, warte, ich muss kurz meine Hausaufgabe weglegen. So, auf einen guten Lose, meine Jungs. Oh, fuck, ich bin ausgerutscht. Hm. Wie kannst du denn ausrutschen? Hast du denn kein Teppich bei dir im Zimmer oder so? Nö. Ein bisschen Holz, bitte. Also hast du Laminat. Schlag mich da auf. Ja. Oh, fette Musik hier. Bumm, bumm, bumm. Oh Gott, eine random map. Da ist Wasser dabei, Nikos gewinnt. Aber du kannst... Ja, ein Tropfen Wasser hat er gewonnen. Ähm, aber du, 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 ähm, du kannst doch nicht ausrutschen. Willst du mich verarschen? Ich find gar... Das geht alles nicht. Aber! Ich hab schon Wasser entdeckt. Das ist ja geil. Dafür wepp ich mir eigentlich nochmal Kontinent, oder? Nein, Zufallsoffene Karte. Achso, okay. Ah, schon du hast erstellt. Okay! Ich hab ein richtig dickes Problem. Ich find meine Felder nicht. Geht das? Äh, meine. Meine. Geht das? Das ist, das ist nicht wahr. Ich find jetzt echt mein... Was ist... Jo, ach da... Da unten! Wie soll ich denn die Scheiße finden? Ja, haben wir gar nicht. Ich hab das mit nen richtig dicken Goldbonus. Äh, Nahrungsbonus. Ich hab drei Jahre lang meine scheiß Nahrung nicht gefunden. So lange spielen wir ja auch schon. Obwohl, in H&M Pass Zeit könnte das sogar stimmen. Ich kenn doch meine Leute. Stimmt, die werden ja eigentlich uralt. Die Dorfbewohner. Ja stimmt, die sind alle 100 Jahre alt. Jetzt schon. Alter, heftig. Junge, das ist ne richtige Rentner. Eigentlich, wenn man so überlegt, dass sie in ein Jahr knapp 5 Äpfel sammeln, werden die eigentlich schon ziemlich unterbezahlt. Also überbezahlt. Äh, gar nicht bezahlt. Die werden ja gar nicht bezahlt, stimmt ja. Nee, die müssen eh die gerade arbeiten. Muss man in das Speer hin? Ach da. Ein Speer? Hast du kein Speer mehr? Boah, wie viel Goldquellen hier sind, what the fuck? Hab ich auch gar keine gefunden, echt älgerlich. Ich hab drei aufeinander gehockt. Und das gibt es nur in Bayern. Sind wir gerade Bayern? Sind wir Bayern? Sind wir Bayern? Sind wir Spanier? Sind wir jemanden, der Niklas countert? Ja, das sind wir. Ja, das sind wir. Ja, das sind wir. Ja, das sind wir. Die, 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 die. Hier ist so viel Wasser, gell. Ich glaub, Dominik gewinnt die Runde. So hat Chu-Cham einen Stern vor seinem Namen. Weil er selten ist. Weiß er nicht. Wenn wir euch ein Jude sind. Der ist mir so viel zu spät eingefallen, aber. Du Jude, Alter. Din, 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 din. Hä? Sammelt die Nahrung! Oh, Julian, was greifst du mich jetzt schon an? Ich bist Dominik aber okay. Wieso hab ich die meisten... Dominik! Ich hab acht Jahre lang keine scheiß Nahrung gefunden. Ach ne, jetzt seid ihr gar nicht, dass ein Wolf. Ich weiß gar nicht, wer du bist. Ich weiß gar nicht, wer 35 kostet. Manchmal rieche ich aber auch Pferde und manchmal nicht. Ja, aber ich will durch nicht. Was ist das eigentlich für ne geile Map? Die sieht voll lässig aus. Ja, das ist auch. Auch ne geile Map. So random, aber auch irgendwie vollkommen geordnet. So random, aber vollkommen geordnet. Dominik. Topi, Topi, Topi. Ich will nicht verlieren, das werde ich aber, weil ich kacke bin. Jetzt sagst du jedes Mal. Ja, ich verliere auch jedes Mal. Hä? Hä? Das stimmt gar nicht. Oh, ich verliere auch oft. Warum wir eine Statistik machen? Eine Statistik für AUM und AUE? Warum wir eine Statistik machen? AUM spielen wir ungefähr einmal im Jahr, das zählt nicht. Aber AUM hast du gewonnen. Eine Runde. Sind wir gerade fast alle gleichzeitig in die Verdahrzeit? Ich bin auch gar nicht soweit. Ne, du klickst noch lange nicht. Dann kannst du mal ansetzen. Ne, ich mach doofbewohner. Ah, noch tausend Nahrung. Hilfe. Das ist ne Lüge. Ne, gar nicht. Also, ja schon. Also jetzt nicht mehr. Jetzt hab ich 488. Oh, Schafe. Oh, Schafe. Ich find die Map ein bisschen random. Nein. Ich weiß gar nicht, ob das so schlau ist, euch am Anfang zu suchen. Ist das nicht eigentlich viel schlauer, seine eigene Umgebung zu untersuchen zuerst? Das macht man ja auch am Anfang und dann sucht man die Gegner. Ja. Hast du noch nicht leicht gespielt, Niklas? Also, ich habe das Ganze noch nicht so betrachtet. Ach so. Ja, aber der Ansatz war schon, äh. Na, ich hieß so viel Wasser. Okay, wenn du nicht, die Ohne ist nicht haushochgewinnen drin. Ja, weil ich hab noch kein Wasser gefunden. Ich hab nur zwei kleine Seen. Ja, okay. Wollt ihr mich verarschen? Länglicheren See hab ich noch bei mir gefunden. Sag mal, warum bist du immer so frech hier, oder was? Ist ein Problem auf dem billigen Platz. Vielleicht kommt Eldenbogen. Nicht der Eldenbogen. Das lasst uns. Hä? Nicht der Eldenbogen. Wieso hab ich keine Stelle? Achso, ich muss noch mehr verschenen. Kommt noch die Sporttasche. Das ist ja mal was gutes. Die tut mir nicht so weh, die wiedersehlteste Schmerz einer. Da ist Julian. Ich find Sporttasche eigentlich voll cool. Entweder ist das still, weil es ne Lüge war, oder? Beides. Also, ne. Was? Denn da sind Schuhe drin und Schuhe sind schön. Neckasch. 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 Im Kindergarten nicht richtig aufgepasst. Ne. Ich hab auch in der Grundsinn nicht richtig aufgepasst. Ne. Vor allem. Der sitzt da. Der hat dann so äh. Bilder von sortieren. Er sieht dann so ein Schaf. Alle machen mäh. Und er so. So ein kleines bockiges Kind weint er, weil er falsche Antwort gegeben hat. Was wir sind. Ich glaub, bevor er was sagt, ist halt nicht stimmt. Mama, ich hab mir so gesagt, dass das richtig ist. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hey, verpiss dich mit deinem Speer. Warum sind die drei Speer? LOL. Und ich krieg die Ziegen. Und ich krieg die Ziegen. Hey, was ist hier los? LOL. Das ist der große Ball. Ich will den blauen. Ich will den blauen. Ich will die Ziegen haben. Ich will die Ziegen haben. Schulcham, hilf mir. Bitte. Bitte hilf mir. Ich hab die. Ich hab die. Ähm, äh. Hilfe. I'm on my way. Wir drehen unsere Runden um den Wald. Ah, auf jeden Fall. Ich hab die Schafe wieder. Hilfe, Schulcham. Bitte. Bitte. Hilfe. Ah. Oh, oh. Wird ein knappes Duell. Ich gewinne ich das. Ich gewinn das. Wow. Hammer geil. Ich hab die Duell gewonnen. Du Alter, das war ja schon grad retard. Alter. Hör auf, wer ist mein Pups. Ich wusste gleich, dass sowas überhaupt möglich ist. Ich hab also richtig fest meine Economy in Ruhe gelassen. Ich hab nichts gemacht eigentlich. Ich hab die ganze Zeit meinen Reiter gestört. Ich hab nichts weiter gemacht. Ja, ich hab den Kampf zugeguckt. Ich auch. Ich war aber auch spannender als das Spiel. Ah, gegen zwei tote Schafe. Äh, Reiter. Warum hat Gummik grad die haushochten Punkte? Persönlich. Wer hat die Situation ausgenutzt? Welche Ausnutzung? Welche Situation? Na, den Kampf da. Welchen Kampf? Mein Kampf. Was? Ne, das da im Piep, das mal bitte weg. Ne, mach ich nicht. Okay, top. Danke. AfD Versuch in. Kann sein, dass du rechts bist? Ratet mal wer Schafe hat. Meine sind tot, also. Stimmt. War das nicht eigentlich ein Duell um die Schafe? Am Anfang ja. War das nicht sie? War das nicht sie? War das nicht sie? Wer hat denn die jetzt? Ich hab die gekriegt. Was? Ich eure beiden Dings umgebracht habe. Eins gegen drei. Eins gegen drei, natürlich. Wo ist der vierte Spieler? Äh, das ist Hardy eigentlich. Der war einfach nur AFK. Versteh ich nicht. Das war nebens heute. Nur weiß ich. Aber ich tue es, wie ich es nicht verstehe, um dir alles kaputt zu machen. Ach so. Ist nett. Bitte. Ich frag euch nur wo ihr seid. Oh, jetzt klar, Dominik ist ein Hacker. Ja, ich weiß. Das ist nicht legit. Ah, deswegen bin ich so scheiße. Ja, nicht nur deswegen. Da waren 8 AFK Bewohner. Echt? Wo ist echt scheiße? Äh, das war ja ganz schön nubig von dir. Ja, nice F6. Geht gar nicht. Ne, Dominik gewinnt die Runde, glaube ich. Das ist ein Safe Call. Hm, dann bin ich mir nicht so sicher. Ja doch, doch. Guck mal, jetzt hab ich wieder der ganze Zeit. Auf einmal, weißt du das? Die beiden Dings ins Arbeiten, hab ich keine Punkte mehr. Oh, da ist ein Wolf. Den kann ich nicht besieden, nein. Wird von einem Schwachen angeschlagen. Mann, ich hätt schlechtes nach Ritterzeit sein können. Das ist das, was dich ernsthaft provoziert? Mich? Nein, Julian. Was? Was provoziert mich? Ich rede nicht mit einem kleinen Bitches. Ich will mich großen. Ich zugehör. Du gehör. Ah, ich bin eine große Bitch. Aber nur für dich heute. Top. Mhm, Bruder Jakob. Bruder Jakob, Bruder Jakob. Schläfst du noch? Schläfst du noch? Weißt du nicht die Plagette? Hörst du die Kids ficken? Hörst du was? Alles klar, nicht so brutal, Tutscher Hast du die Vergewaltigung im Garten? Hast du die Vergewaltigung im Garten? NAAAHHH, ich hab' mich gefunden! Was? Ich hab' dich gefunden! Ich mach' ein Haus kaputt Was ist das? Das letzte, was du da noch hast Du hast einen dicken Speer, der 3HW Oh Gott, ist das ein dicker Armee Hallo! Schluck' euch mal mit, kommt mit Die folgen ja wirklich Fühlst du mich zu dir? Ja! Fühlst du mich zu dir? Ey, haut nicht ab! Mann, oh! Dann schick' ich die anderen Nein, bitte nicht Was? Rittert auch nicht? Ich dachte, ich dachte, ich wäre jetzt schon Äh, die Tarnzeit, Alter Von was für Upgrade profitiert er denn? Hey, wake up! Oh Gott, wird angestützt, TS Oh nee TS, wie alt bist du denn? Das benutzt so keinen Windelpupser mehr Ich benutze das noch, regelmäßig Kappa Was ist TS? Kenn' ich auch nicht Hey, wake up! Boah, wer schießt mich denn tausendmal an? Eigentlich ja ich Äh, warte mal Ich mach das jetzt so Lautstärke Das ist eine schlaue Idee Wenn ich die jetzt finden würde Du bist so schlau! Hä, wo ist denn TS? Ach, ich disconnecte einfach Weiß ich höre sie nur Oh, 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 Raios, schön, dass du da bist Disconnect Alter, warum hat Dominik Das ist noch Punkte mehr als ich Wer weiß Ich fühl mich wie ein Kack-Noob Was ich lieber witzig Bist du das nicht auch? Das ist ja nicht mehr witzig Das ist ja noch fucking Wahrheit Loi, mein Der Speer ist ja immer noch rum Ich dachte, du hast ihn längst umgebracht Aber der lebt ja immer noch Welcher Speer? Ich hab'n Der Speer, der deine Daten wegwirken sollte Der Speer? Ja, der lebt ja immer noch Mann, ihr Dreckswilfe Die gehen ja echt auf den Sack, Mann, ich meine Ich hab' noch keinen einzigen Wolf bekämpft Du warst, war auch schon immer der Naturmensch Stimmt nicht Eigentlich sind die Wolfe meine Kollegen Ich gank euch immer nur, ich stecke damit Ach, du willst Gott Och neee Was ist denn? Ja, ich werde angegriffen Bin raus Der wix ist einfach nur meine Soldaten abschlachten Und ein Wolf greift dich an Aber diese Dreckswilfe Er hat eine fette Armee Obwohl er bin nicht raus Überhaupt nicht Wo ist denn da eine fette Armee? Wir sind überhaupt Serbe Mäh Mäh Tut mir auf jeden Fall eine stärkere Mäh Ist ich da Er sich hingeschickt hat Er liegt Er liegt Ja, wow Er liegt Schon wenn ich jemanden gefunden Der ist, äh, genau da Warte Jetzt greif ich mich ein Wolf an Da ist er Okay Ich hasse euch Warum müsst ihr so kacke Pussys sein? Bei was? Hast du meinen Doof umgebracht, Chucha? Nein Nein Dominik liegt Er möchte einen kalt zwischen ins Beil treiben Ich weiß Wie viele Punkte der hat Er möchte jetzt eigentlich beide noch raus machen Richtig Könnt ihr mal wieder arbeiten, bitte? Noch einmal bitte und ich glaub dir Danke Top Ich habe keine Holzfäller mehr, sehe ich gerade Pfff Nick, es hat ja alle abgeschlachtet Da ist Julian, sagst du? Ja Okay Ja, ja, ich hasse euch, sind beide solche richtigen Wichser Ich sehe es, komm wir das nächste Mal spielen Da ist Nicklaus Hey, ich hab, ich weiß, ich hab, weiß echt nur, wo du bist, weil ich nicht im Grunde Weil ich nicht in der Kackflug bin Ich? Ich bin da Ich weiß nicht, wo du bist Das ist ne Lüge Das ist ne Lüge Das ist keine Lüge Du lügst auch mit zusammen mit ihm Ist man EI Ist man EI Ist man EI mal ehrlich Ich glaub, kein von euch beiden Es ist wie Neos Geschichte, ja, der Wolf Der Wolf, ja Der hat beide solche Tricks, Lügenschweine Du, das ist echt meine Dorfbewohner Ich? Ja Wo? Dein komischer, britischer Speer Ach, da oben Britisch oder man ist Briten Lull Ja, fick dich, Nicklaus Hier, komm, Dominik Ich fick jetzt deine Muttersnabe Lull Was fick dich, Nicklaus Was wrong So, jetzt fick dich Was hab ich denn jetzt schon wieder getan? Keine Schütte mehr gegen mich, ja Ich mach dich weg Zwei Angriffe über die Wichsen überlebt Ich sag Teamgeaufhalten Keine Schütte gegen mich Beide sag ich gleich Noobs Ich war bei dir verreckt in der Hölle Du verreckst in der Hölle Ich wär nur so Bastard wir beide Okay Ich glaub kann ich leben Warum liegen da so komische Geräusche am Boden? Geräusche liegen am Boden? So meinte ich das nicht Ich äh Ich riech dich weg Das glaubt ihr mir gar nicht Aber ich war nicht mehr angestattet Keine Chance mehr gegen mich Ja Ich war aber jetzt schon die ganzen Kämpfer Kack, noobs Okay Ja, gleich kommt ein richtiger Gang von Nicklaus Weißt du, ihr labert immer so viel Müll, ja? Der hat so ne große Pferdearmäe da, ne? Der geht mir richtig auf den Piss Naja Ich muss doch irgendwie Nicklaus Und dann kommt ihr und fickt mich von der Seite weg Ach, tschuldigung, ich greife mich aber gleichzeitig und dann passt das schon Ja, ey, du hast meinen berittenen Sperrung irgendwo gebracht Lass das nochmal machen wie letztes Mal Wenn mich einer hustet, dann attacken Attacken Ja, okay Das ist ne Lüge wieder Das ist wieder, kommt wieder Bullshit, ich weiß es Das war dummerweise die einzige Wahrheit Hä, dass ich hier bin, dass ich da, wo ich ihn gepinkt hab, wohne, ist auch die Wahrheit Das ist ne Lüge Warst du noch nicht da? Nein Ja, kannstehen Ach guck mal, hallo ihr Wikinger Hallo Willst du mich attackieren? Nein Die wollen, der will doch eh nur zu mir rüberladen Komm rein Ich mach die Tür auf Ja, siehst du, jetzt wollen Ach, Töre hat er auch noch Ich will da durch, aber es geht nicht Ja, dann warte Warte, ich kick gleich nochmal Luft rein Tore hat auch Ja, warte So, schön hier, wa? Ich versuch niemanden anzugreifen Oh, schön Jetzt seid ihr eingesperrt Los, Maus und Katz spiel da Ja Jetzt hab ich keine Wahl mehr außer zu kämpfen Ich war nicht angegriffen Ach, da oben Okay, du bist wirklich da oben nicht Hast du das Amt gelobt Ja, ich hab ein Pferd getötet Ich hab's genau gerochen Du hast ein Pferd getötet? Ein Pferd hab ich mitgenommen Und du machst du dich, oh Julian Ich würde dich doch niemals anlügen Bist du ein Wichser Ich vertraue keinen von euch beiden, nie wieder Achso, du vertraust mir jetzt nicht, weil ich die Wahrheit gesagt habe Ja, dass du wieder gang hast Ich hab's Ich hab's Deswegen klein hab ich von hinten angegriffen Und Dominik auch Ach, greift er dich auch an? Er hat mich auch schon angegriffen mit seiner Kacamee Keiner von euch beiden hat jeweils in anderweise Schnitte gegen mich gehabt Dann greift du doch mal an Nö, ich bin friedlich Verteidige mich nur mit Ich verteidige nur mich selber Oh, jetzt habe ich Angst vor euch beiden Okay Aber die Sarah 10 gefallen mir ganz gut Kann ich öfter spielen Wie gefallen die Franken? Mir gefallen wie eh und hier die Wikinger Aber du bist ja auch ein Isländer Ein Halber Ich bin leider nur Italiener Langweilig Das ist ein bisschen exotischer Sag ich, ich bin pur Deutscher, das ist auch exotisch Aber richtig deutsch ist auch nicht immer gut Ne, vor allem da nicht, wenn der auf die Regiert wird Regiert wird, äh gewählt wird, so ist das Wort Aber ich muss sagen, diese Runde ist Warum hat Jürgen so viele Punkte, was ist los? Ich habe zweimal gekämpft gegen euch Flachzangen Flachzangen, hat er uns grad wirklich Flachzangen, ne? Das ist der einzige Grund, warum ich so Punkte habe Du bist selber eine Flachzange Du Hitler Deswegen habe ich auch die meisten Punkte Ich verliere, es ist immer so Ich habe die meisten Punkte Und dann kommt ein Angriff von Nikos nicht weg Ja, guck mal Imperialzeit Was muss ich denn noch machen? Ja, ich meine Paladiner Wenn die Dinger so heißen Stimmt Ja, Nikos hat jetzt die Paladiner Aber du konter ich die Hallo, oh Gott Da habe ich keine Stürte gegen Ach du Scheiße Krestant Schutzer Nein Er wird angegriffen Er greift an Und die Hälfte, mach doch was mit dem Rest deiner Soldaten, Niklas Ey Dominik Die verlierst grad den Kampf, weil du nix machst Du verlierst an, dass ich grad den Kampf Rück dich doch auf Ich kann doch auch nichts machen Also Julian greift an, das ist ja was neues Ja, aber ich verliere den Kampf So halb Also ich mach das an der halbe Armee weg, aber Naja, dann restauriere ich Das ist diese Schlotter, deine Armee zurückzuziehen Geh aber weiter drauf, dumme Du verlierst nur unendlich Soldaten Halt doch deine Schnauze Der ist Profi, er weiß was er tut Anscheinend ja Ach ja Niklas, kommst du vollst du wieder angereiten Ja Boah man Ich kann dich wieder aufregen Ja, damit du mein ganzes Dorf hoch hast Fick doch deine Mutter an Kommt her süßen Kommt her hier süßen Prinzen Ja, wo du deine scheiß Soldaten hier Nein, lass die in Ruhe Wo gehst du? Ach so, weglocken tust du mich auch noch Guck wie doch deine Pussy wegläuft Ja, wo ist die nächste Armee Du verlierst den Kampf Egal was du machst Guck wo mich hinlocken möchte Und ich muss dich verteidigen Und du hast nen Bergauf Bonus Bergauf Bonus Bergauf Bonus War da hier auch hin Ah, ich hab's gehört Dreckswolf Ich glaub hierher Müssten wir von diesem Spiel entfernen Ne, ich hab aber gar nicht verloren Also, weil du Nick farnt nicht Äh, Nick das farnt nicht Nein, nicht deswegen Sondern, weil du das Spiel echt viel zu serious nimmst Ne, ich, ich hasse dich nicht angreifen Du mal, hier fliegen schon die, hier fliegen schon die Sachen durch die Gegend, ja Ja, mir ist erstmal Geld aus dem Kleingeld rausgefallen Das kenn ich Er hat ein Glas für Kleingeld Glaub das ruhig Und jetzt kommt unten Dominik angeritten Ach, das ist nur die Paar, okay Wer hat nen Haus da angegriffen? Wer hat nen Haus da unten der Lauf gemacht? Das werde ich dir auf ewig Ach, willst du zu Nickers rüber gehen, Nick, äh, Dominik, oder? Was hat das? Weil, da würde ich dich gerne unterstützen Ernsthaft? Nö, ja boah Oh je, oh, hast du Elite-Bersacker gemacht? Ne Was hast du Kart gebaut? Achso, Spione Was macht der denn? Ja, da kommt er wieder unten Bist du grad echt die ganze Runde gelaufen durch? Dominik, äh, Niklas Du bist nicht, alter Du bist nicht, alter Wie du, wie du kämpfst So ne Schmuchtelart Schmuchtelart Na, guck mal, du machst einfach nur eins in die Gebäude von mir weg Das ist keine Pussy, die guck mal geht Pft... Das kann auch mehr Mein so Daten laufen grad retarded umher Wir sind halt nervös Ne, das ist nochmal schwul, so zu kennen Wie du Guck mal, du laufst die ganze Zeit Runden schreien gleich muss ich predikten das kann ich nicht du kämpfst ohne sichtlichen grund ohne sind sichtliche taktik dominik schickt immer weil schafer ist tritt durch weg machst du glaubst du nicht taktik steckt dahinter ja du läufst rum und es legt mich auch so dass ich nicht daherkommen machst du dich nicht reparieren kann jedenfalls nicht so schnell das ist offensichtlich taktik die funktioniert auch gegen mich also die ganzen arme herum läufst nicht jetzt nicht einzeln ja so daten den schicken kann weil das weg werden kann ich hätte gegen dich ich bin viel meine platine auszahlen ist ja ja so einfach durch zustande drei bogen und überleben das einfach ja die vierte da kommt gleich die fünfte aber ich habe nicht gerade was ganz anderes ja mich als ruhig zu ärgern das ist gold nie nicht mal steine nicht so gar nichts im prinzip er sucht er sucht einen tod von mir ich erkundige er sucht mein tod du schaffst den wolf nicht mal na gut man sollte männlich dann den wolf umbringen ja ok niklas geben wir auf den sack julia musste auch dadurch ja der fakt mich richtig ab mit seinen mini ps soldaten spaß so wie der lach kommt jetzt wahrscheinlich angewollt leider drei auf mich zu ich hab nicht bock mal jetzt sind wir sehr still Das war's für heute. die man hier echt kreativ werden muss, ey. Na kommt. Wo ist weiter? Warum ist eigentlich die Map zu klein? Klein? Ja, ich bin die Schuhe klein. Ich weiß auch nicht, was er hat. Ich weiß nur eins, und das ist kein Bein. Hä? Wo hast du mich angegriffen? Hä? Naja, ich reck dich. Wo hast du mich angegriffen? Ich reck dich! Damals nur noch ein bisschen! Ach so, mein Berge bei der Lager alles. Ja, Luftbewohner! Ach zacken! Boah, da bin ich nicht richtig erschrocken. Hey, wo kommt jetzt eigentlich das? Ja, what the fuck? Was soll das denn? Weißt du, Ergang jetzt schon mit Dorfbewohnern? Ja, ich steh müde gegen richtig Tutsch. Ja, ich weiß nicht, ob ich gleich aufgeben soll. Du weißt nicht, wie sehr ich dich dafür liebe. Also, ihr gewinnt sowieso gleich gegen mich. Bin ich mir nicht mehr so sicher. Doch, 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 doch. Mach dich fertig gleich. Glaub mir. Ach, Tricks. Bin Arzt. Ich bin Arzt. Lass mich durch, ich bin Arzt. Hast du schon das neue Trailer Park Lied gehört? Äh, nicht normale Leute? Nein. Das, was danach noch kommt. TP4L ist schon draußen. Ne, hab ich noch nicht gehört. Oh, ist, ist, kann man nicht geben. Oh, ne, jetzt fick ich zu spoilern. Jawoll! Fick doch deinen Großonkel. Na, so viel hab ich dir jetzt nicht herangegriffen. Ist mir aber egal. Geil. Ich bin trotzdem auf den Sack mit meinen Soldaten. Äh, mit deinen Soldaten. Nicht mit meinen. Guck mir, Thomas, ich auch mal richtig viel weggemacht hab von denen. Die wollen mich jetzt verarschen. Geil. Okay. Hey. Hier ruhig, was brauchst du hier im Beobachtungsturm? Ich will das Stein haben. Danke. Die Damen müssen sicher auch irgendwie wärmen da unten. Ja. Haha, das ist ja so lustig. Immer nur einen raus, du Vogel. Ey. Was soll ich denn jetzt schon wieder? Ihr kämpft nur gegen mich. Euch ignorierter gegenseitig. Ja, das tun wir. Nur, damit ihr mich besser ficken könnt. Ja, das tun wir. Scheiß drauf. Als ob Schiffe so vital sind. Als ob du mal nix Schiffe hat. Das wusstest du noch nicht. Ne, ich hab für zwei genug Wasser gesehen, aber kein Grund Schiffe zu bauen. Du weißt ja, wo ich bin, ne? Ja. Ich hab ne Insel gefunden. Ach, da ist Gold drauf ohne. Mit ziemlich viel Gold und Stein. Und Silber. Und Platin? Deswegen hab ich nur so wenig Gold hier. Deswegen hat mir auch Niklas da oben die Goldquellen weggemacht. Ich weiß nicht, Niklas. Hab ich nicht alleine weggemacht, ne? Ja, ja. Was? Hab ich echt alleine weggemacht? Ja, ich hab jetzt keine Gold... Ich kann... Also die Gold sind ja auch gefahren, aber... Naja, danach hat mir nicht mehr was gebracht. Weil... Ah, kann gut sein, dass du keine Goldquellen da hast. Ja, hab ich aber nicht mehr. Dicker Kampf. Wie. Kampf? Mhm. Krampf. Das könnte man den Soldaten ohne nicht abschlachten. Die können... Von denen kann nix machen. Und Dominik seine Soldaten auch irgendwie nicht. Wegen den zwei Häusern, die da stehen. Wegen den zwei Kackhäusern. Da passiert einfach gar nichts. So, ein paar Soldaten sterben, ein paar auch nicht. Und jetzt verbiere ich den Kampf. Aber geil. Und du denkst auch nur, ich greife jetzt an, weil du wieder sowas ankündigst? Machst du sowieso, also. Ja. So, die Daten sind weg. Wie viel Bogen hast du bitte? Ähm, warte, lass mich zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Was hab ich voll denn kennt. Habt ihr mich grad flüstern gehört? Ja. Oh. Ja, Dominik hat mich grad weggemacht. Ernsthaft? Also. Nicht aufs Du- 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 Vor allem meine Freude. Ja. Ja. Jungs. Ja. 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 Wannst du dich vor? Ja. Ja. Ja, bei der auch mal. ach da kommt nix wieder als ob du angst vor billig einheiten hast du das ist eine pussie du hast paladine ja das laufst du wieder außen rum fick dich denn das bin ich wieder hallo ja ach so du willst einzelne einheiten weglocken ich glaube jürgen hat den durchriss ich weiß wo du bist ich kann nicht beobacht guck mal guck mal auf die klippe nach oben hallo hallo wo gehst du lang na willst du mich angreifen du holst ihn ja wirklich jetzt nein geh du weg du legst auf nein du legst auf nein du legst auf das bin der ganze armee oh fuck na gewinnst du den kampf ja du gewinnst was waren die denn ja alles klar du den kampf nicht gewinnst das sind trash einheiten doch du gehst dann raus rufen haa 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 ja 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 neckers macht mich gerade weg ich kann nix ergeben machen ach hier hast du das ist deine insel die gefunden hast ach das nick ist eine insel nein beschwör mich bitte gefähr mich nicht mir hat 30 gold gekostet krass guck wie schnell deine burg ist gleich kaputt geht ja ja ich kann nix machen du hast die ach peter die hat er um wo ist mein könig das wollte ich die ganze zeit machen boom von hinten macht man ganz schnell töten ich weiß nicht wo das ist ach hier ist auch noch nicht die dicke warum habe ich keine einigen ich habe natürlich habe ich keine eigene insel ich habe eine eigene insel ja da unten die bei nickers sondern er verdienen ich habe richtig gespielt hat keine goldquellen mehr habe ich mal ein bisschen was gemacht war naja die insel war ein bisschen sehr goldkack deswegen habe ich verknackt und da ich die ganze zeit gegen dumme gekämpft statt gegen dich habe ich halt meine ganzen lupen versaut und konnte ich nicht weg runter ja ich bin retarded gewesen ich glaube ich habe einen enkel auf dich hätte gereicht für katie nur so ein bisschen ne jetzt sehe ich auch wo du gelacht hast oder über ihr gelacht habt anna die däden die däden also übrigens wir facken uns alle die übrigens gerade gegenseitig erscheinen nicht nur du bist hier das einzige opfer ja ne ich habe schon längst aufgegeben also ja schon raus hast du eigentlich mein boot weg gemacht und jetzt wohl fließt noch fließt das boot fließen das war bei mir was kriegst du wieder dass das glaubt mir mal darf ich dir sagen wo das boot ist mit du den mein könig töten darfst du sag ja irgendwann häuser anfangen nee schade ich hab noch vorher alles kaputt machen müssen ich mache jetzt rache tut schon ich hab so ein bisschen angst brauchst du ein bisschen burg in meiner weise was du kannst kann ich auch passt was willst du ja du wirst meiner sein so hast zurückbekommen meiner jetzt arbeitet für mich ist mein bauer hier willst du deinen eigenen bauer töten ich schicke ihn zu dir tut weh seinen eigenen bau um zu bringen war naja ist ja jetzt nicht mehr meiner ne ach paladine sind immun gegen mönche ne sind sie das echt warte echt habe ich eben also ich konnte keine mönche auf ihn ja ne weiß nicht dass wahrscheinlich geupgradet hat das kann man nämlich upgraden dass man so jungen junge hör doch mal auf du asi da ist die goldquelle die ist unbenutzt junge die war benutzt guck mal ich habe hier verloren also wie gesagt in Aue gewinne ich nie außer aus dem insel spieler will und auf inseln mache ich nichts auch sonst nicht weil ich auf inseln konnten schlecht bin ja genau deswegen und auf inseln macht auch auch macht Dominik mich fertig er macht das beide fertig 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 auch mein feld ist halt ich vergesse im verteidigen aufzubauen und anzugreifen und trotzdem sack ich das ist richtig das ist eigentlich für eine komische map weiß ich nicht die ist geil was bist du vielleicht für ein komischer katze komischer katze bist das genau richtig gerochen warum sind wir eigentlich so punkte gleich über die beyer gleich gut sein körper wenn ich es nicht nur punkte durch mich also ja kreis macht mein dorf kaputten recht und sind ja noch so dass ich hatte vier stück machen noch bereits kaputt bis er unten zu den zwei bogen kommen ich habe sonst sterben die ich habe hier eine goldquelle das ist so angenehm du weißt gar nicht wie angenehm das ist ja eine kirche das ist eine ja lass mich hoch da meine da da der seite ist das bestehen bitte da wo da ist das doch nicht gerochen nicht gleich noch nicht hier nicht rausgezogen du schwein Ah, ich hab Kacke gemacht. No way. Nein, die Mönche gehen nicht über dieses komische Wasser da. Was ist da los? Das ist nicht Jesus. Oh nein, hast du da etwa ne... Oh, du hast da ne Brücke gebaut. Eine Brücke? Oh, ne Brücke. Oh, Schwein. Du, was nennt sich Mauer? Ne Brücke? Wie lange gekriegt? Du? Loll. Das hab ich jetzt nicht geworfen. Naja, von Dominik's rechtlichen... Äh, von Nick's rechtlichen Holzfällern. Äh, nicht Holzfällern. Äh, du weißt, was ich meine. Zeugtypen halt. Billig Einheiten! Was? Hier, Ruki, Vorsicht, sie werden angegriffen. Das weiß ich. Kannst du bitte deine Paladin in den Todeskommando schicken? Die Brücke machen lassen. Ich will nichts sagen, meine Berserker kommen nicht aus diesem komischen Laden da raus. Ben Laden? Ich dachte, du einfach... Ich dachte, du einfach die zwei Häuser da weg machst. Nein. Das ist nicht so gut gelaufen. Blau ist bald komplett raus. Meine Mutter ist da. Ich muss noch was übrig gehen, das kannst du dann haben, wenn du willst. Okay. Ich habe noch nicht mal Türe zugemacht. Was geile ist, so dricks Billig Einheiten haben einfach keine Schnitte gegen zacken Paladine. Ja, ich bin auch teuer. Ja, ich glaube, ich verliere den Kampf. Hm, Paladin und so. Und wenn du siehst hier alles, ne? Ja, ich sehe alles. Okay. Also ohne Kuntern kannst du die echt nicht weg machen. Vor allem, wenn die 192 Leben haben. Ich finde es gut, dass die Hände von denen einfach gar nichts macht. Ich gucke einen Hund dazu. Hey, ich bin da vorne kämpfen. Yo, siehst du das? Ja, ich auch, Alter. Der hätte gerade voll weggefickt. Oh mein Gott, ist das episch. Weißt du, nur wegen zwei Häuser machen die gar nichts. Nur wegen zwei Kackhäuser. Das sind die zwei. Oder umgedreht. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, ich kam von hinten einfach eine Burg weg auf den König. Nur drei Paladin. Ja, ich habe die Bomben-Dinger benutzt. Ach so. Okay, habe ich nicht gesehen. Ja, deswegen, ich kam von hinten. Der König schwarb unter den ganzen. Da ist er! Da ist er! Da läuft er. Oh, er überliebt das. Nein, Dominik, nein, gib dich auf. Gib dich auf, Dominik. Dominik! Nein! Hey, Niklas, komm aber rechts von dir. Blöd, bohrt ein ganzes Land. Ja, guck mal, guck mal, guck mal, aber ich habe jetzt das mit den Bomben genutzt. Da, diese Bomben-Dinger hat diese Suizid-Gerstänger. Ich bleibe bei, ich bin suizidisch. Ich bleibe bei, ich bin suizidisch. Ist halt cool, man kommt von hinten eine Burg weg. Ein Kriegnis. Wieso habe ich trotzdem mehr Militärpunkte als ihr? Hä? Ich bin gar nicht so weit, warte. Das macht keinen Sinn. Das macht echt keinen Sinn, warum ich mehr Militärarbeiter. Militär bin ich doch mehr. Das größte, ja, natürlich. Größte Einheiten habe ich mehr als du, du ja. Ja, aber ich habe 500 Militärpunkte als du. Hä? Ich habe 500 Militärpunkte mehr als du. Wo guckst du denn? Wo guckst du denn? Bei Punktzahl, bei Punktzahl, bei der Militärstatistik. Okay, wo guckst du denn? Nein, Punktzahl Militär. Wo sehe ich das denn? Du am meisten. Also wenn du bei Punktzahl bist und ganz links steht, äh, Militär. Das ist vielleicht wegen meinen Gebäuden, die ich verloren habe. Das heißt, Punkte? Weiß ich nicht, aber guck doch mal unter Militär so sortiert. Ja, ich weiß, das ist deswegen verlochene Gebäude vielleicht. Ja, hab ich. Fick dich nicht erst. Nee, guck doch. Fick, nee, fick dich einfach. Was denn? Bis auf Gold. Bis auf Gold habe ich am überall am meisten gesammelt. Uuuuh, bitch of bitch. Warum habe ich nicht am meisten gesammelt, die war. Ich verstehe es nicht. Hm. Bin mir unverständlich. In der Zeit war ich wieder als erster Linistin, ne? Boah, ich war auch, ich war auch als erster Linistin. Was denn von der Zeit hat? Oh mein Gott. Ja, um eine Sekunde. Niklaus, drei Minuten später. Drei Minuten später. Guck mal, ich hab die meisten Technologien entwickelt. Ich die zweitmeisten. Ich hab null Reliquien in Gold. Ich glaub, daran lag, ist auch ein großer Grund, warum ich verloren habe. Tschüss. Und guck mal, zwei Schlachten, drei Schlachten bei mir. Bei dir, Niklaus, keine Überzeugung.